Geil, da war ich auch noch nie. Hä? Warst du da nicht sogar mal mit so einem Dings-Char? Mit dem wir aufgenommen haben sogar. Ne, das war Bould... Oh Gott. Das war ich. Oh, ich wollte gerade sagen. Ne, das war in Boulder City. Campus war ich, glaube ich, noch nicht. Kann sein, korrigiert mich hier bitte in den Kommentaren. Also Campus war ich auf jeden Fall schon. Ich glaube, ich war da noch nicht. Aber ich gehe halt gerade zugrunde, was die Gesundheit angeht. Ich blute auch. Du auch. Alter. Wie gesagt, jetzt ein so ein kleiner Fallschaden-Bug und we are whack. Ich will auch noch ein bisschen leben. Also ich bin jetzt auch dafür, dass wir mal die Settlements mal ausnutzen. Ja. Ich denke, ihr seid auch dafür. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare posten, ob ihr jetzt schreibt. Ja, weicheier! Oder was ich sage. Geile Aktion von euch. Wir feiern euch, egal was ihr macht. Boah. Anybody in Frosty? Nee, nee. Mann, ey. Erstmal einen Schluck trinken. Alter, habe ich gerade echt. Huh, meine Nerven lagen blank. Was ist das für ein scheiß Ding da? Strom. Wo du machst? Wo? Da vor uns direkt. Ich zieh dich gar nicht mehr, Alter. Da bist du. Ja, lass es eben zusammenbleiben, ey. Ja, warte mal. Du bist auf der Straße? Nein. Doch, bist du ja. Auf dieser kleinen weißen Ding. Ja, das ist ja wie Sandbank. Ja, da bin ich auch jetzt. Jetzt will ich wieder hinter dir. Na gut, lass es auf jeden Fall echt zusammenbleiben. Ach, da meinst du? Ja. Ich hoffe, da sind jetzt keine Zombies oder so. Hm? Ja, dann müssen wir halt schießen. Was soll man machen? Ja. Wie gesagt, wenn wir erstmal in diesem scheiß Settlement... Also ich hab... In der Settlement hätte ich jetzt zum Beispiel auch noch eine AK oder so. Wenn ihr mal sehen wollt, wenn wir die mal alles mitnehmen sollen und so, was wir da so haben. Sonst würde ich sagen, wir heilen uns jetzt einfach nur. Ja, ich hab noch vier dicke Bandages auf meinem Inventar. Global Inventory. Und ein Medi-Kit. Ja, das Medi-Kit ist halt wahrscheinlich voll. Ich glaub, die dicken Bandages heilen auch fast voll. Diese DX Bandages? Ja. Ja, die sind auf jeden Fall besser. Ich verstehe... Diese einfachen Bandages verstehe ich auch nicht. Das ist einfach Zeitverschwendung. So, jetzt hier aufpassen, dass hier nicht irgendwo ein Zombie liegt. Nee, das glaub ich nicht. Hier kommst du auch nicht rein in die Dinger. Noch nicht. Das wär natürlich ein perfekter Sniper-Spot. Boah, und hier kann man Campus City jetzt sehen. Alter, nee, da war ich noch nicht. Ja, da werden wir gleich reingehen. Und da können wir auf jeden Fall in die fetten Hochhäuser da. Also nicht in jedes und auch nicht auf jeden Fall nicht ganz hoch, aber da kann man auf jeden Fall in die Hochhäuser fünf, sechs Etagen auf jeden Fall. Boah, nee, da war ich, glaub ich, noch nicht. Oh, da bin ich da schon mal langgegangen. Doch, das ist das mit der fliegenden Straße. Da war ich ganz sicher schon, ja. Ja, in Boulder City ist die Straße auch noch hoch. In Boulder City ist die Straße auch noch hoch. Ja, deswegen, nee, da war ich noch nicht, da war ich noch nicht. Campus City. Ja, ist auf jeden Fall viel. Aber hier ist auf jeden Fall gleich das Settlement. Ich hab da viel mehr gefunden, sagen wir mal so. Boah, wenn jetzt mich ein Spieler tötet, ne, dann raste ich richtig aus. Hast du auch grad dieses Geräusch, dieses... Ja, solche Grillen oder... Alter, das Geräusch hört sich immer an wie Schüsse. Als ich das das erste Mal gehört hab, hab ich mich direkt geduckt. Das ist ein Storch. Ja, diese Woody Woodpecker, ne, diese Dinger. Ja, aber ich hab mich direkt geduckt oder irgendwo versteckt. Das ist ein Storch, Alter. Das ist ein Storch. Woody Woodpecker oder wie die heißen. Specht, ja, Specht. Ja, so heißt diese Figur, oder was? Was hat der, Alter? Ich kann mich nur an den Typen malen, aber keine Folge, Alter. Boah, ich bin grad richtig... Richtig, aber ab so'n gewissen Punkt an der Nähe des Settlements kann man doch auch nicht mehr schießen, ne? Genau, ja. Ja, das wird uns dann angezeigt. Boah, ich kann nicht... Ja, ist hier halt alles so'n bisschen prickelnd. Thomas, wir kommen, glaub ich, den Berg nicht hoch. Ohne vorher wieder nen risky Weg zu gehen, ja. Ja, da müssen wir den Weg gehen, lass mal machen. Wir müssen hier jetzt lang links hoch. Siehst du mich noch? Ah, ja. Boah, jetzt ein so'n Zombie, der sich hier mal zufällig im Wald versteckt, ne? Ja gut, jetzt könnte ich deine Sachen alle noch aufnehmen, pilala, eine Stunde wieder einloggen und dann geht's weiter, ne? Klar, aber das wär bitter. Das wär jetzt richtig bitter, ja. Bitoris. Sonst machen wir schnell ne Cholerika-Runde FIFA und dann... Was reimt sich auf bitter? Klitter. Der Klitterer. So. The cheeky and the cheek. The cheeky and the mic. Boah, jetzt hier so'n Spieler, der irgendwo da rechts liegt oder so. Ja, du, das hatte ich schon. Da wollte ich grad schön ins Settlement reinsprinten und kurz davor standen so, wirklich. So ist das mit. Ich hoffe, nachher gibt es auch noch solche kleinen Sprengfallen und so. Nee, du. Das wär richtig geil und dann läuft man hier durch den Wald, kabooms. Äh? Ja. Oder um so'n Settlement überall zu fallen. Oder so'n Fallen, wo du dann plötzlich so hochhängst. Ja. Und dann eine Stunde später kommt dann der Spieler. Ja, dann kriegst du halt so'ne Nachricht. So'ne Nachricht. Ja, genau, ja. Spieler an der Falle. Boah, ich geh hier mal riskant hoch. Du hast Daiko gefangen. Folgst du mir? Hä? Folgst du mir hier? Ja. Ist ja jetzt nicht besonders riskant. Na ja. Boah, ist das ne geile City, Alter. Und wieder so'n riesigen Blick auf Campos City. Ja, macht eben ein Screenshot und macht das als Hintergrund. Ja. So, und hier ist auch das Goblin Peak Settlement gleich. So, jetzt einfach hochrennen. Und irgendwann kommen wir auf jeden Fall an. Wenn jetzt einer im Wald ist, dann fress ich echt nen Besen. Also jetzt gerade hier, wir laufen ja auch einen unmöglichen Weg da hin. Wir müssen nur in diesen Bereich kommen eben. In dem Rot umkreisten, ne? Wir müssen dann ja auch nicht da ganz reinrennen. Von da aus haben wir dann Einsicht in das Global Inventory. Und das haben wir, glaube ich, haben wir schon mal gezeigt? Weiß ich nicht. Ja klar, irgendwann wollten wir ja schon mal einen Clan machen und sowas. Ne, ich mein, ja klar, wir waren jetzt aber vom Splos her dann noch nicht. Ich kann auch dann gleich mal testen, ob wir vielleicht schon den Clan machen können. Ist dann halt auch hier in der Folge drin, weil ich weiß gar nicht, wie viele Stunden. Das will ich nochmal eben nachgucken, was da stand. Dann haben wir vielleicht den Daiko LP Clown. Ich will ja aber, dass der Pelon heißt. Und dann können wir nämlich automatisch testen, was der Clown uns bringt. Ja, sind wir nicht mal langsam irgendwie da? Jetzt gleich. Also auf der Map bin ich schon in diesem scheiß roten Kreis da. Ja, jetzt gleich sind wir da. Und dann kommt so eine schöne Warnung. Ja, das ist in der Safe Zone. Hast du? Ja, ich bin in der Safe Zone. Safe Zone Warning. Not allowed to use weapons. Boah, hier ist es aber auch nochmal richtig gefährlich. Ja, können wir hier bleiben. Wo ist denn das Gobble Seat Packer? Ja, da brauchen wir nicht rein. Ist ja egal. Ich würde es mal gerne zeigen. Ja, da ist nichts Besonderes. An den Settlements ist halt so eine kleine Mauer drum. Ja, dann bleiben wir hier. Ich drück mal eben auf Quit. Und Inventory oben links. Ah ne, geht gar nicht. Moment, wir müssen ganz raus, ne? Ja, ich glaube schon Inventory ist unsere Mahlisten. Ey, Pallon gespielt, 4 Stunden und 19 Minuten. Ja, ich guck gleich mal, was ich hab. Dann guck mal mit dem Clan, ob das jetzt klappt alles. Man sieht ja jetzt hier, Best Played on Origin Gaming Systems. Das ist auch eine neue Werbung da unten, ne? Was? Neue Werbung unter den Loading Game Data Balken. Ich bin noch nicht ganz... Ja. Oh, weiß ich gar nicht. Fair Fight Game Blocks hab ich auch noch nicht gesehen. So, ich bin wounded und jetzt kann ich dann in mein Global Inventory. Genau. Unter Market Place nichts, sondern hier unter Survivors Inventory und da ist mein Global. Und Katana! Ich wollt grad sagen, Alter! Und ich sag's vorhin noch! Oh, wie geil, Alter! Wo kommt denn das her, Mann? Neu jetzt, wahrscheinlich gemacht. Wakasishi, Alter. Willst du ein Yokotoku-Katana oder erstmal ein Yakaishi? Wakasishi-Jasi. Yokotoku-Katana, Alter? Ey, waren wir mit dem Shit? Among the Most? Ja, klar. Ey, das muss ja wohl geil sein. Carrying such a blade imparts great responsibility. Und Wakasiki ist dasselbe, wa? Ne, das ist kleiner. Kleiner als das. Wakasiki. Okay, was hab ich hier noch? Bandages, diese 4X. DX, ja, Bandages, DX. Antibiotika. Ja, komm, ich packe hier einfach alles rein, ja, scheiß drauf hier. Painkiller. Bandages. Medikit packe ich mir auch einfach rein. Bandages muss ich dir sowieso nochmal so eins geben, ne? Ja. So, Binoculars. Hä? Wo sind die denn hier dann? Ich will wohl gerne so ein Katana mitnehmen, ey. Ja, wollen wir machen? Ich packe erstmal die Hammer erstmal ins Global Inventory. Okay, ich packe auch den Hammer rein und wollen wir Yoko to Katana? Hammer, Hammer. Jetzt hab ich nämlich drei Hammer. Vier Hammer hab ich. Ja, ich, nimmst du dieses Katana, dann nehm ich dieses Waki Charchi oder wie das heißt. Alles gleich, nimm das Katana mit. Können wir ja notfalls nochmal dann tauschen. Ey, ich hab's doch vorhin noch gesagt, man. Ja, ich packe hier auch mal ein paar. Geil. Auch die Magazine packe ich mal eben rein hier. Äh, brauchst du noch irgendein Magazin? Ne. Ey, für meine Jericho. Medium Backpack. Binoculars brauche ich jetzt erstmal nicht. Ja, ich hab noch ein Magazin für meine kleine Woche. Starna 30. Alles das, was ich jetzt nicht unbedingt brauche, packe ich erstmal hier rein. Damit das weg ist, ne? Ja. One Moment, please. Ja, ich hab jetzt gerade auch noch so eine One Moment, please. Vielleicht kackt jetzt gerade das Game ab. Ne. Jetzt ist es wieder da. Bei mir. Ja. So. Okay. Und die Mossberg packe ich hier auch rein. Weil ich hab ja meine M16 erstmal. So. Und jetzt werden wir einfach mal kurz versuchen, einen Clan zu erstellen. Das geht unter Community. Jetzt lädst ein wenig. Boah, jeder. Weil Community ist halt so ein Klick, der dauert. Da mal gerne 20 Minuten. Also, ihr werdet in den Folgen in 20 Minuten sehen, wie wir auf Community geklickt haben an diesem Freitag. Ja, das dauert ein bisschen lange. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Aber ihr werdet gleich live und zum ersten Mal in Farbe das Waki Sachi sehen. Und das Yoko To Katana. Und wir werden Zombies richtig fett abnehmen. Alter, das wird bestimmt richtig geil jetzt. Ich hoffe, aber ne, ich glaub nicht, dass sie animiert haben, dass da irgendwie der Kopf wegfliegt. Ich hoffe es. Wieso nicht? Nee, ich glaub nicht. Du siehst doch auch die toten Zombies und so. Ja, aber bisher war auch halt noch keine Schussanimation, dass sie irgendwie ein Bein abkriegen oder so. Achso, meinst du, dass das Körperteile richtig abnehmen? Genau. Ja, das weiß ich nicht. Und bei mir, ja, da ist noch der Community-Click unterwegs. Das dauert mal halt gut und gerne fünf Minütchen. Achso, du klickst noch? Nee, ich klicke nicht, äh, ich warte. Naja, der Klick dauert. Also, wie gesagt, wenn ihr das jetzt seht, nein, euer PC hat kein Standbild, schaltet auch nicht aus. Es geht gleich jede Sekunde weiter. Naja, ich bin jetzt mal gespannt, wie lange das noch anhält hier. Achso, man kann einfach mit Rechtsklick ändern. Ach, ich hätte sogar noch ne Weste jetzt gehabt hier. Zack, zack, ich bin jetzt drin. Nice. Create a Clan. Erstmal Change Icon. Wir nehmen hier mal diesen schönen Scher... Nee, wir nehmen den grünen Rucksack, oder? Wie bitte? Grünen Rucksack, roten Totenkopf oder gelben Sheriff-Stern. Ich hab's jetzt ja alles nicht so vor Augen, aber nimm mal das Beste. Ja, das Beste ist so eklig, komisch, keine Ahnung, ich weiß nicht. Der Sheriff-Stern wird ja auch so auf uns passen. Ja, nehm ich auch mal. Name your Clan. Daiko LP. Äh, LP. Clantag DLP. Nee, das Clan-Tag ist auch in schönen Weiß gehalten, genauso wie die Schrift Daiko LP. Create Clan. Clan-Tag should be four symbols. Ey, die Dinger kannst du... Du kannst aber keine Schwerter kaufen. Seh ich grad. DLP. Ähm... 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 Ich brauch vier Clan-Tag-Buchstaben. Aber ich hab jetzt DLP, äh, was sollen wir denn nehmen? DLP-P? Daiko Let's Play Palon? Nö. Daiko. DLP. C. DLP-C. Daiko LP Clan. Ja, wieso denn nicht? Ja, sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. DLP-C. Create Clan. Oh, at least 20 hours of Playtime. Ey. Ja, komm. Aiko Rambo. Okay, jetzt haben wir hier umsonst drauf gekriegt. Aber ist egal. So. Wir haben uns jetzt das Inventory vollgepackt. Ich guck nochmal zur Sicherheit. Ja. Da ist das Kasana drin. Da sind die Bandages drin. Das Medikit. Play Game. Server Browser. Und wir gehen wieder auf den Standard Server. Server 258, wo ihr uns jederzeit auch besuchen könnt. Gerne. Wir wollen gerne, dass ihr kommt. Aber bitte nicht töten, Leute. Genau, ihr könnt auch gerne, wie gesagt, mal in einer Folge dabei sein und in den Chatter schreiben, hier, hallo, ich bin der Max DPVCat. Und ich bin auch auf YouTube. Das ist mein echter Name. Das ist mein real Name. So. Oh, jetzt erstmal die fetten Katanas, Alter. Ich hoffe, die sind auch gut. Jetzt sind wir, glaube ich, richtig begehrt im Töten. Oh ja. Wenn die uns sehen, Alter. Vor allem, aber warum haben wir jetzt so ein Schwert bekommen? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil du es gesagt hast. Entweder deswegen oder weil wir die Pre-Besteller sind. Ja, ich glaube auch. Also das sowieso. Ich glaube sowieso, dass das nicht jeder kriegt. Das könnt ihr vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das mal später gekauft habt. Ja. Ob ihr auch so ein Katana einfach zu geschenkt habt. Boah, sieht das fett aus, Alter. Guck mal. Ja, ich sehe es noch nicht. Ich bin noch im Ladebildchen. Guck. So, jetzt. Inventar. Ich will mich eben heilen erstmal. Use-Item. Ja, eins, zwei solche Bandages. So, man ist full gehealt. Ja, sieht geil aus. Und mein Wackersack. Boah, das sieht richtig geil aus. Vom Nahen das Blaue. So, und jetzt bin ich dafür. Ich dropp mal mein Blaues. Guck mal hier. Hier, nimm du mal das Blaue. Und dropp mir mal das andere. Ja. Ja. Ja, ja, dein sieht genauso fett aus wie meinst. Ja, ich hab noch so Totenköpfe da drum. Alter, wie geil. So, man kann's grad nicht usen. Okay. Nee, nee. So, ich dropp das jetzt mal wieder. Achso, ja, klar. Dann. So, ich glaub, wenn wir uns jetzt wirklich mal außersehen treffen, dann, äh. Ja, ist vorbei mit Lustig. Und wir gehen jetzt direkt. Und jetzt gibt es ein Exkurs, das Let's Play, Alter, mit dem Katana-Schwert. Katana-Kamposch, Alter. Das ist die neue Dame, Katana-Kamposch. Wären schöne Mädchen, so eine Riesenreichweite. Katana-Kamposch. So, jetzt schwing ich das Ding mal. Oh, Alter. Alter. Ja, Vorsicht, ne? Alter. Hau mal. Alter, Junge, der hat dir direkt das Bein ab. Hey, der macht sogar so eine Bewegung. Ja. Der macht so eine Kühe. Ja, wir waren, äh, off-air im Budokai-Trainingslager von Dr. Tziorake Mokukazaki. Unter Muten Roshi haben wir jetzt gelernt. Und Muten Roshi war auch am Start. Ja. Wir haben uns nichts nehmen lassen, keine Kosten und Mühe gescheut und haben diese Katanas gekriegt. Was denn, Vorsicht? Vorsicht, wir kommen so lang. Ja, ja. Ich dachte, jetzt machst du so eine Fall-Aktion. Ubleh.